Ich bin nicht sicher, was heute hinkriegt, aber wir versuchen es mal. Wir versuchen es. Es ist, äh... Ob es gut ist, weiß ich nicht, aber... Wir versuchen es. Okay, here we go. Ein Lied, das... Nein, 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 ich habe ja noch Tee in der Hand. Ja, du hast Tee in der Hand. Das ist eine beeindruckende Aussage. Der Tee ist weggestellt. Wir können jetzt hier da musizieren. Dann war ich bei den Ärzten in der Area 0 und da gab es Tee. Und am nächsten Tag hatte ich keinen da rumschleppen. Und wenn du mich noch total an die langweiligen Gespräche mit den Musikern erinnern, brauche ich das Blöde. Möchtest du meine Gitarre mal anfassen? Sie ist sehr schwarz. Darüber redet keiner, ne? Wie langweilig das bei den Ersten-Backstages. Immer nur Rammstein, Rammstein, Rammstein. Scheiße noch, Mann. Wir sind eifersüchtig. Ja, so ein bisschen schon. Aber ich habe mir das überlegt. Wo ist man denn immer böse sein? Böse, böse, böse. Bei mir geht es in Zukunft OK-Tropfen. Einfach mal positiv denken. OK-Tropfen. Warum, mir geht es super. Ich möchte dich finken, Farin. Na gut. Farin, du bist der Mensch gewordene OK-Tropfen. Na gut, wenn du so lieb bist, Farin. Nimm mich wie eine Fremde. So, und das Nupur-Lied handelt ungefähr... Geht so in die Richtung, um jeden Fall. Von dieser Ansage. Ja? Können wir das unterschreiben? Warte, ne? Ha, ich hatte kaum einen Tropfen in meiner Hand. Ha, ha, ha. Ach nee, scheiße, das war Novi-Chok-Scheiße. OK. Mein OK-Tropfen will es besiegen. Gut gegen böse. Wer wird gewinnen? Gucken Sie jetzt auch die Fremde. 40 Jahre haben wir es versucht. Nein, zwei, drei, vier. Nein. Nein. Das Lied. Das Lied. Nee, das Lied. Ja, siehst du. Soll ich mitspielen, Bera? Das wäre OK-er. Und wir sind wieder auf dem ersten Lied. Die Lied. Das hier war nicht der Fernsehöl. An unserer Anfangszeit. Was hätten wir unverschützieren? Bescheid ist bereit. Das bin ich hier. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Und heute bin ich selbst so weit. Schieß los, Bera. Schieß los. Holt an, holt an, holt an. Ja, okay. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Und das seit so langer Zeit. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Und bin ich dazu bereit. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Komm schon, Fahri, mach mich froh. Ich bin nach deinem süßen Todes wieder selten. An jede kleine als ne Falte. An deinem sexy Tod. Ich bin schon seit geraumer Zeit. Zu der offenen Verriebung. Ames bei mir. Doch sicher sieh für sie. Hey, Bera. Ich will dich finden. Scheiße, ich hab dir auch den Nachhaltigstern zugesprochen. Ich hab keine Ahnung. Ich will dich finden. In den Augen der Naurie sehe ich viel Verständnis. Ich will dich finden. Dann stelle ich mich einfach mal hinten an. Wenn du mit den Darm durch bist, hast du ja vielleicht Lust auf eine Bahn. Ich weiß noch nicht genau, ob ich in anderthalb Stunden noch kann. Ich will dich finden. Ich weiß noch nicht genau, ob ich in anderthalb Stunden noch kann. Wenn du mit den Darm durch bist, hast du ja vielleicht Lust auf eine Bahn. Also erlaubt ihr den Scheiß und seht mich nicht so an Ich lass euch die Zeit Wir wollen nicht schicken So ziemlich jeder Mensch hier in Copagen auf Wir wollen nicht schicken, denn nachdem wir es verhecken Kacken wir es da auf der Brauch Wir wollen nicht schicken, denn nachdem wir es verhecken An unseren Trinken hast du's gemerkt Wir wollen an deinen Blösteren zwerg Oh, er ist gar kein Zwerg, nein, er ist doch eher ein Berg Oh, er ist gar kein Zwerg, nein, er ist gar kein Zwerg Er ist gar kein Zwerg, nein, er ist gar kein Zwerg